Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pausenexpress. Mein Name ist Julia. Ihr dürft einmal aufstehen und dann kann es schon direkt losgehen. Zu Beginn konzentrieren wir uns auf die Atmung. Wir atmen tief ein, achten darauf, dass sich die Brust bei der Einatmung hebt. Beim Ausatmen die Brust wieder senken. Ich drehe mich einmal seitlich. Wir atmen tief ein, Brust hebt sich. Beim Ausatmen Brust wieder senken. Nochmal tief einatmen, Brust hebt sich und ausatmen, Brust senkt sich ab. Wunderbar. Wir kommen in die Vorlage, spitzen uns leicht auf den Oberschenkeln ab. Wir atmen weiter tief ein und aus. Beim Einatmen hebt sich weiterhin die Brust, der Blick geht hoch zur Decke. Beim Ausatmen, Kinn auf die Brust, runder Rücken. Wir atmen ein, Brust und Blick heben und ausatmen, runder Rücken, Kinn auf die Brust. Noch zweimal so tief einatmen, Brust und Blick heben, ausatmen, runder Rücken, Kinn auf die Brust. Ein letztes Mal einatmen, Brust und Blick heben und ausatmen, runder Rücken, Kinn auf die Brust. Von hier aus rollen wir auf, lockern einmal Arme, Schultern, Beine aus. Wir kommen zu unserer Kräftigungsübung. Dafür bleiben wir im hüftbreiten Stand, gehen leicht in die Knie, kommen in leichte Vorlage, dass wir die Hände mit den Innenseiten außen rechts und links an die Knie anlegen. Wir geben mit den Händen Druck gegen die Knie und die Knie drücken gegen die Hände. Baut Druck und Gegendruck auf. Die Schultern sind leicht zurückgezogen, weit weg von den Ohren. Haltet den Druck. Für vier, drei, zwei, eins. Wir lösen nur die Arme, bleiben unten, lockern einmal kurz aus. Wir kommen mit den Handrücken an die Innenseite der Knie. Hier genau das Gleiche. Wir bauen Druck und Gegendruck auf. Schultern sind leicht nach hinten gezogen, weg von den Ohren. Baut den Druck auf, haltet den. Für vier, drei, zwei, eins. Und wir lösen auf. Einmal alles ausschütteln, dabei von rechts nach links das Gewicht verlagern, dass wir die Beine kräftig ausschütteln können. Und wir kommen wieder in die Vorlage, stützen uns mit den Händen ab. Es wird zwischendurch ein bisschen entspannter. Wir atmen tief ein, dabei drehen wir den rechten Arm zur Decke auf. Der Blick folgt. Bei der Ausatmung den Arm wieder abstellen. Bei der nächsten Einatmung der linke Arm hoch. Bei der Ausatmung wieder zurückkommen und der rechte Arm kommt hoch. Wieder zurückbringen. Einatmen, Arm heben, Blick folgt. Und jede Seite noch einmal. Wir heben den rechten Arm weit zur Decke, Blick folgt. Ausatmen, absetzen. Einatmen, linken Arm heben und wieder absetzen. Langsam ausrollen. Einmal kurz auslockern. Wir kommen zurück zu unserer Kräftigungsübung. Hüftbreiter Stand, wir gehen leicht in die Knie. Diesmal starten wir mit den Handrücken auf der Innenseite. Wir bauen wieder Druck und Gegendruck auf. Versucht noch ein bisschen kräftiger zu drücken. Schultern sind entspannt. Für 5, 4, 3, 2, 1. Einmal nur die Arme lösen, ausschütteln. Das gleiche auf der Außenseite. Handinnenflächen auf die Außenseite der Knie. Und wir bauen auch hier nochmal kräftigen Druck und Gegendruck auf. Bisschen doller als beim letzten Mal. Und haltet auch hier für 5, 4, 3, 2, 1. Wir lockern nochmal alles aus. Arme und Beine. Und kommen auch nochmal in die entspannte Übung zurück. Stützen uns wieder leicht ab. Wir atmen ein. Der rechte Arm dreht auf. Wir wippen ein kleines bisschen nach. Blick zur Hand gerichtet. Und bringen den Arm wieder zurück. Nochmal einatmen. Andere Seite. Auch leicht wippen. Jede Seite noch einmal. Wir atmen wieder ein. Aufdrehen. Leicht wippen. Kommen wieder zurück. Ein letztes Mal die andere Seite. Wir drehen auf. Wippen nochmal leicht nach. Kommen wieder zurück. Rollen einmal auf. Lockern Arme und Schultern aus. Als nächstes bleiben wir im entspannten Stand. Wir wollen den Nacken dehnen. Dafür legen wir das Kinn auf die Brust. Von hier aus kommen wir in einen Halbkreis. Über vorne. Von rechts nach links. Mit dem Kinn eng am Körper vorbei. Versucht in eine gleichmäßige Atmung zu kommen. Noch einmal hin und zurück. Dann bleiben wir mit dem Kinn auf der Brust wieder liegen. Dehnen nochmal den hinteren Nacken. Atmen entspannt weiter. Und bringen den Kopf langsam wieder nach oben. Lockert die Schultern im Wechsel nochmal aus. Dann einmal beide gleichzeitig heben und fallen lassen. Und dann atmen wir noch einmal tief durch die Nase ein. Und nochmal kräftig durch den Mund aus. Und dann sind wir durch für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Musik